Hallo und herzlich willkommen liebe Freundinnen und Freunde von Gartenschlau.com Heute kümmern wir uns mal um Topinambur. Ich habe noch gar nicht in den Topf geschaut. Die Pflanzen sind, oder die Pflanze besser gesagt, das sind zwar mehrere Knollen in einem Topf. Ich habe ja das Video gezeigt, wo ich das ganze Experiment gestartet habe. Hat sich sehr gut entwickelt. Man sieht, die sind sehr schön gewachsen, haben allerdings dieses Jahr noch nicht geblüht. Und für eine Sonnenblume ist das natürlich schade, denn sie hat auch sehr, sehr schöne, attraktive Blüten. Aber das war der erste Versuch. Der nächste Versuch kommt nächstes Jahr mit ein bisschen mehr Platz. Dieses Jahr war es nur in einem 10 Liter Container möglich, das Ganze mal auszuprobieren. Und ich zeige euch heute, wie ich bei der ganzen Sache mal vorgehe, um nachzuschauen, wie viel Topinambur hier im Topf enthalten ist. Wann erntet man am besten Topinambur? Topinambur ist eine Pflanze bzw. ist eine Kultur, die man im Idealfall im Herbst erntet. Man muss die Phase abwarten, wo es darum geht, dass einmal das sehr trockene Sommerwetter einmal vorbei ist, die Pflanze nochmal richtig Kraft saugen kann. Weil bei trockenem Wetter ist das so, dass die Knollen im Boden zusammenschrumpeln. Und dann ist natürlich die Ernte entsprechend klein bis komplett ausgefallen. Kann natürlich passieren, je nach Witterung. Jetzt hat es die letzten Tage von den Temperaturen etwas abgenommen. Es ist deutlich kühler. Nachts geht es teilweise sogar unter die 10 Grad Marke. Und tags schaffen wir fast nicht mehr die 30 Grad. Je nach Region kann es natürlich nochmal kurz über 30 Grad gehen. Nächste Woche zum Beispiel soll an der 30 Grad Marke so ein bisschen gekratzt werden. 26, 28 Grad. Soll aber jetzt hier kein Wetterbericht werden. Und das sind an sich so ein paar gute Bedingungen, wo die Pflanze noch einmal richtig schön in die Knollen investiert. Und natürlich viel zu spät sollte man auch nicht dran sein. Denn wenn dann der Winter- oder der Herbstheißen am Boden durchgefroren ist, dann kommt man natürlich zum einen erstens nicht an die Knollen ran. Und zum anderen ist das auch nicht der idealer Zeitpunkt. Also so die Übergangsphase September, Oktober ist geradezu ideal für die Ernte von Topinambur. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal in den Topf hinein. Da muss ich allerdings zuallererst meine Ardenium, die ich umgetopft habe, in schöne 11x11er viereckige Töpfe, dass das Ganze ein bisschen kompakter steht, wegräumen. Und dann gehen wir auch direkt an Topinambur ran. Der Arbeitstisch ist noch bedingt der Ardenium-Umtopfaktion etwas belegt. Da das alles allerdings Kokoserde ist, ist das gar nicht so dramatisch. Wie ich schon mal in einem Video gesagt habe, Kokoserde kann man vom Prinzip her auch direkt so essen. Was natürlich kulinarisch bedingt nicht unbedingt ideal sein sollte. So, zuerst machen wir das Schildchen weg. Dann können wir hier die Stabilisierung wegmachen. Hätte man an sich auch nicht gebraucht. Allerdings war es hier und da dann doch wieder ein bisschen windig und die ganze Geschichte ist umgefallen. Die oberen Sprostteile der Pflanze brauche ich nicht. Also die Pflanze wird jetzt komplett abgeerntet. Das heißt, ich schneide sie ab. Wenn das auch die völlig falsche Methode sein sollte, dann ist das jetzt einfach so. Und deswegen, ich bringe die jetzt mal raus. Nicht, dass da noch ein paar Krabbeltiere herumkrabbeln. Und dann haben wir das auch zum einen viel einfacher, was das Ernten oder Pflücken oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Vom Vorgang ist das ja wie bei den Kartoffeln. Man könnte die Pflanze herausziehen, was jetzt in diesem Fall nicht geht, weil in einem Topf ist das Ganze so ein bisschen geballt. Und dann ist das sehr fest. Wir können aber den ganzen Topfballen herausnehmen. Und hier, gucken, ob es greift, sehen wir schon die erste Knolle. Und damit wir da noch viel näher rankommen können, ist das natürlich schön, wenn man so einen Arbeitsplatz hat. Den werden wir auseinander pflücken. Wie gesagt, also der Maßstab hier ist nicht unbedingt, dass alles komplett und richtig sein muss, was ich jetzt hier mache. Das war das erste Mal, wo ich das dieses Jahr anbaue. Von daher ist das für mich auch interessant. Und das ist dann vielleicht auch der Nachteil, wenn man so eine starke Erde nimmt, die auch sehr gerne von Pflanzen durchwachsen wird. Vielleicht sollte man beim nächsten Mal einfach was Lockeres nehmen. Dann ist das Ganze leichter. So, ich bin gespannt, ob da jetzt groß was dabei herauskommt oder auch nicht. Oder ob das ungefähr bei der Menge bleibt, wie die Pflanzen ausgepflanzt worden sind über die Anzahl der Knollen. Irgendwie habe ich so den Eindruck. Eventuell hätte ich auch länger warten müssen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, hey, probierst du auch nächstes Mal so und so aus. Aber hier haben wir doch schon mal eine schöne Knolle. Die sammle ich jetzt einfach mal hier in diesem Topf. Nein, da ist nichts mehr. Jetzt schauen wir mal rein, was das Ganze ergeben hat. Ich hatte, ich glaube, fünf Knollen reingemacht und es sind doch ein paar Knollen dabei herausgekommen. Für das erste Mal von Toppinambur würde ich sagen, ist das ein ganz gutes Ergebnis. Man hätte vielleicht ein bisschen mehr düngen können, dann wäre noch mehr dabei herausgekommen oder ein bisschen länger warten. Dann wäre eventuell noch mehr von der Pflanze in Knollenwachstum investiert worden. Sie hat ja auch noch gar nicht geblüht. Das heißt, sie war noch nicht an dem Punkt, wie man es kennt, wenn man jetzt irgendwo an einem Acker vorbeigeht und dort sehr, sehr viel steht oder in einem Garten, was richtig am Blühen war. Da werde ich jetzt nächstes Jahr ein bisschen experimentieren. Ihr werdet dabei sein. Und ich denke, das war es jetzt zum Thema Toppinambur. Wenn ihr Fragen, Tipps, Anregungen habt und sagt, hey, probiert es doch nächstes Jahr einfach mal so, probiert doch einen anderen Standort. Bei mir standen wir jetzt in der vollen Sonne. Wenn ihr selber schon Toppinambur angebaut habt, schreibt das doch rein. Zeigt doch Bilder von euren Toppinamburen auf der Facebook-Seite von Gartenschlau.com. Ansonsten würde ich sagen, Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.